Dieser Weg, den wir gegangen sind, diese Schwierigkeiten, die wir gemeinsam gemeistert haben. Ich war nie der Beste, mit Druck umzugehen. Es war nie genügend für die Medien und auch für bar Interne. Ich weiß nicht, was passiert mit Fans. Vielleicht ist es aber. Es waren keine berauschenden Fußballspiele, die wir abgeliefert haben. Natürlich tut es erstmal weh. Es war nicht so, wie ich mir das selbst vorgestellt habe. Wir wussten nicht, wie zu attacken. Wir wussten nicht, wie zu defendern. Ich frage die Spieler, warum sie begonnen haben, Fußball zu spielen. Für die Fans würdest du immer dein Herz zerreißen. Das hier hat Barca noch nie erlebt. Jeder möchte den Ball haben. Seitdem ich denken kann, will ich nur gegen die Kugel treten. Jeder möchte Tore schießen. Ein Moment, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Und das Schönste ist dann, mit seinen Freunden gemeinsam zu feiern. Das ist der Urantrieb, warum wir alle Fußball spielen. Das ist der Urankerbarnus. Das ist der Urantrieb, warum wir alle spielen können. Das ist der Urantrieb. Das ist der Urantrieb.